Wie kann die Digitalisierung von Buchhaltungsunterlagen und die Zuordnung zu entsprechenden Mandanten vereinfacht werden? Mit dem Kontrollsuit für DATEV Connector können Kanzleien direkt vom Multifunktionsgerät aus zwischen Mandanten auswählen und die Zuordnung von Dokumenten in der DATEV Cloud automatisieren. Der Papieranteil der in der Kanzlei eingehenden Dokumente und Belege liegt nach wie vor bei rund 50%. Diese Dokumente gehören verschiedenen Mandanten. Sie müssen erst digitalisiert und zugeordnet werden, was zeitaufwendig ist und zu höheren Kosten, Nachbearbeitung und Informationsverlust führen kann. Um zu vermeiden, dass Dokumente einzeln gescannt werden, können Kanzleien mit dem Kontrollsuit für DATEV Connector mehrere Dokumente gleichzeitig scannen. Die Dokumente werden mit einem Barcode getrennt, damit jedes Dokument später identifiziert werden kann. Nachdem der Stapel vorbereitet wurde, können alle Dokumente in einem einzigen Vorgang gescannt werden. Der Connector ermöglicht die Auswahl des Mandanten und des Dokumententyps direkt vom Multifunktionsgerät aus, um das Routing und die Ablage der Dokumente in der DATEV Cloud zu automatisieren. Die Dokumente würden im Account des ausgewählten Mandanten und in der entsprechenden Kategorie gespeichert. Sie können nun innerhalb der DATEV-Lösung weiterverwendet werden, indem zum Beispiel automatisch ein Buchungsvorschlag erstellt wird. Das macht den Gesamtprozess effizienter, denn es spart Zeit und reduziert die Fehlerwahrscheinlichkeit.